Deine Kollegen bei ZipSoft. Im Interview unsere Programmiererfamilie. Hallo und herzlich willkommen liebe Kollegen. Ich freue mich euch hier bei mir zu haben. Bitte Mein Name ist Moritz und ich bin Softwareentwickler in der Tibia-Gruppe und arbeite dort schon seit sechs Jahren. Bei meiner Einstellung war ich verantwortlich für die alten Tibia-Clients, habe dann mitgewirkt an der Fertigstellung des neuen Clients und mittlerweile mache ich eigentlich so ziemlich alle Komponenten, die wir haben. Ich bin die Carina, ich bin seit circa viereinhalb Jahren bei ZipSoft, auch im Team Tibia. Bei meiner Einstellung habe ich angefangen mit dem Game-Server. Ich entwickle auch heute meistens neue Game-Features und mittlerweile auch am Client neue UI. Ja wunderbar. Und im Detail, wie sieht dann euer Arbeitsalltag so aus? In der Früh fangen wir an, erstmal E-Mails checken, Chatverläufe anschauen und unser Bildsystem prüfen, ob alles noch in Ordnung ist. Und dann geht es meistens weiter mit den täglichen Sachen wie Entwicklung von neuen Features und Bug-Fixes. Ist das bei dir ähnlich, Carina? Genau, das sieht eigentlich immer anders aus, der Arbeitsalltag. Also wir entwickeln natürlich neue Spiel-Features für die Spieler. Genau, wir machen Bug-Fixing, wir recherchieren auch ganz viele Sachen mal. Es ist immer was anderes, das ist das Schöne, sehr abwechslungsreich. Alles klar. Und was ist jetzt besonders an der Arbeit bei ZipSoft? Also ich finde, das Besondere ist, dass es so eine große Spannweite von unterschiedlichen Technologien und Code-Ständen gibt. Auf der einen Seite hat man Tibia, was der Klassiker unter der MMOs ist. Und auf der anderen Seite ist eben das Inkubationsteam, das praktisch die Speerspitze der Entwicklung ist. Was ich besonders finde, ist, wir entwickeln Spiele. Das ist schon ziemlich besonders. Das ist richtig cool natürlich. Das heißt, wir haben einen echten Traumjob und wir haben richtig, richtig coole Leute bei ZipSoft. Das ist wirklich, findet man nicht gleich irgendwo so. Ja, und was mögt ihr an eurer Arbeit am liebsten? Also das Beste ist, dass es ziemlich abwechslungsreich ist. Das heißt, jeder Tag sieht eigentlich ein bisschen anders aus und es wird auch niemals langweilig, weil immer wieder neue Herausforderungen auf einen zukommen. Ich mag die Kollegen am liebsten und auch, dass es eben immer wieder neue spannende Aufgaben gibt und man eben immer nie das Gleiche macht. Und was ich auch mag, ist, wenn wir die Spiele glücklich machen. Zum Beispiel so. Super. Und welche zwei Worte beschreiben euer Team am besten? Ich würde sagen, das ist Teamgeist und Hilfsbereitschaft. Ich sage Familie und Hilfsbereitschaft. Schön. Okay, dann vielen Dank an Carina und Moritz für den Einblick in das Arbeitsleben als Softwareentwickler bei ZipSoft. Ja, gerne. Gerne. Und dir vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke, das ist eine große Sache. Vielen Dank.